Ich bin Level 6! Ne, 5! Yeah! Level 5! Aha! Easy! So, was krieg ich in den Chests? Äh, ich bin Level... Oh, Level 5! Oh, geil! Ich kann mal Barrikaden upgraden! Nice! So, Chests... Gibt's mal Chests dafür? Zack! Error-Wall! Diese... Error-Wall... Diese Teerböden... First Upgrade... Oh, geil! Hä, lol! Die Barrikaden haben Leben? Oh! Die haben Leben? Heißt das, die können... Vielleicht kann der... Diese Boss-Minions können die vielleicht kaputt machen... Das können sein, ja! Ich sollte meine Dings... Meine Tokenköpfe nicht verschwenden! Ah, nochmal Error-Wall! Das ist gut! Die behalte ich auf jeden Fall! Sonst wären nur noch vier Level, ne? Für was? Dann haben wir... Äh... Apprent... Äh... Was? Apprentize? Die Schwierigkeitsgrad werd ich! Ich hab immer noch... Mal Loot-Out... Hehehe... Alter... Okay, DMap sieht easy aus! Ich weiß schon, wo wir was machen können! Okay, starte doch einfach mal! Ja... Mann! Chill! Mein Friend! Dicker! Ach ne, hast du Stream an? Oder hast du Dings an? Nur zum Aufnehmen? Ne, nur Aufnahme! Ah, okay! Wieso? Keine Ahnung, wo ich mir das irgendwie gerade in den Sinn gekommen bin! Hehehehe! DMap ist easy, sagst du! Die kommen von dort und von dort! Dann machst du einfach da zu und da zu! Dann kommen alle da da lang! Ja, du machst rechts einfach und kommst links zu! Du meinst... Wieso? Hä, links? Hä? Die Map ist doch unten rechts, der blaue Punkt! Da ist ja unser Spawn! Wo die Gegner hinlaufen! Ja, klar! Und machst du einfach unten links das zu und das ganz links! Sie kommen alle von oben! Ja, gut! Ich hab jetzt gesagt, sie kommen alle von links und dann machen wir rechts zu! Aber okay! Ne, weil da ist länger für die linke Tür halt! Der Weg ist umständlich! Ja, okay! Wir machen so, wie du willst! Dankeschön! Mein Ding! Hä? Haha! Ähm... Oh! Hähem! Nämäm... Hollerö! 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 Hier ist wieder der Maximilian! Wieder ein bisschen, eh, 60 Seconds! Ah! Das kommt ja gar nicht mehr! Ah! Uhhh! Blass! Jetzt hast du aber eine schwerere Wunde! Ich wollt grad so drauf sagen! Jetzt hast du aber eine schwere Wunde! wurde geöffnet. Ja, man ey, also... Ah! Oh, man ey. Darf ich auch mal loslaufen? Players are still connected to the game. So, Mobile zubauen? Hier links. Warte, warte, warte. Weiter, 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 weiter. Hier zubauen? Warum denn hier? Achso, ja, cool, mach klar. Klar, mach den. Das geht sogar! Leute, die sind aus Stahl jetzt. Wow! Ähm... Achso, hier zubauen, ne? Ja, und den hierzu. Dass die denn alle von hier hinten kommen? Alle von dort? Da könnte man gar nicht reinplacen gleich. Placen oder ich placen? Äh... Dann pläst du mal da. Ich pläst meinen hier. Erstmal von hier, also... Hier? Ja... Ey, dann lass einfach hier vorne alles zubauen, ja. Guck in, geht mir. Bringt das was... Ey, da Walls zu blenden, bringt nichts. Ja, ich weiß, weil das ist ganz schön perfekt. Ja. Aber... Hier an den Wänden. Ja, auf jeden Fall. Machen wir später. Okay, ja, ja. Start mal. Ach, hey. Achtstu. Ja. Easy. Easy! Naja, weil... Kann man das nicht aufmachen? Ne. Okay. Ja. Ja. BAM! Haha. Ey. Okay. Yeah. Easy. Oh. Easy. Und werd's nicht hier. Machen wir dazu. Ähm. Wir könnten sie theoretisch hier zu machen, lass sie sie laufen müssen. Da wo die... Ich kann ja einen lass hier zu machen wenn... Da wo die... Nee, mach doch hier zu dann laufen die da rum und müssen hier rein laufen. Äh. Kann ich sie nicht entfernen, wieso kann ich sie nicht entfernen? Weil du die... Weil du die рассchrift hast. Vielleicht weil's weiter geht. Oh. Ist mein Guardian tot? Nein, der fightet ja nicht. Geht weg! Guardian, lebst du? Ja, du lebst. Oh Gott, oh Gott. Ich will aber letztendlich welche bei meinem Guardian. Jo. Ich habe keine Mana. Ja, das ist ja auch mal passiert. Okay, ich habe hier alles down. So, jetzt verkaufen wir die Dinger hier. Ja, ja. Bau zu. Da, da, weil dann müssen die hier rumlaufen, weißt du. Und hier können wir dann noch Batraps und was. Schade macht mir das halt viel effektiver. Ja. So, jetzt sind wir jetzt erstmal überall. Nein, ups. Nein! Ja, das hier, die, die eine Trap, da mache ich gleich wieder weg. So. Alles voll geböllert da. Ja. Ja. Leucht, die Mutter gefallen. Nice. Ja, weil mein, 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 mein Dash nach hinten halt, hätten wir reingeschleuert, das Wasser in die Suppe. Oh noi! Ja, ich hab' noch mal geblieben. Nein, ich lukfe richtig. Nein. Mein Guardian ist tot. Noi. Ja, repress mal nur einen, okay. hier ist dann alles zugeplantet auf dem weg alter alles mit ballen zu die haben schild so power alter die beiden hier regeln übel gut Alter! Und mein Guardian regelt auch. Okay. So, was können wir noch machen hier? Hier ist voll. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die von hier rechts noch gar nicht... Jetzt kommen sie von rechts. Ja, die kommen jetzt von hier. Deswegen mache ich ja jetzt auch hier den Weg zu meinem Guardian bisschen was rein. Jo, ich blende hier auch alles voll. Ich werde das nie erkennen. Ich werde das nie erkennen. Warum sind die anderen? Ja, ich würde mich jetzt hier hinstellen. Weil die fallen. Weil hier kriege ich beides geballert. Okay. Weil ich kann hier jetzt alles abballern und dann was hier kommt auch. Ah, okay, dann starten. Ich habe hier einen perfekten Spot. Sag ich mal. Ja. Außerdem muss ich meinen Guardian hier treffen, ne? Ja, die kommen jetzt nur von da. Recht, oh, läuft. Schade. Hat nicht funktioniert. Kein Ernst. Da wollten wir mal eine Kompon machen. Wollten wir mal... Da wollte ich mal probieren. Kommt her jetzt hier! Der stirbt! Weil mein Dash geht ja so nach hinten halt. Ich habe gedacht, dass ich nur so eine Fläche, so eine Fläche in der Luft rüberkomme. Da kommen wir jetzt zu dir, ne? Ah, sind schon tot. Okay. Warte. Äh... Jetzt kommen wir von beiden Seiten. Ja. Ja. Was noch denn? Dankeschön. Ja, falls welche durchkommen bei dir, dann kann ich die mitdeffen. Kein Ding. Muss halt nur Bescheid sagen. Hauptsache, die kommen wir jetzt erstmal mit dir hin. Wow. Genau. Okay. Okay. Und deine Seite aus? Ja, der kriegt aber auch nicht Schaden, ne? Der ist nur nicht mal angekommen, hat schon der zu leben. Ja, der ist ja fast voll. Ja, ich weiß, der ist noch gut dabei, der Guardian. Von dir. Ich sehe das gerade selber, ja. Das ist nice. Okay. Ja, ich habe hier mittlerweile auch ziemlich viele Fallen. Andere Seite, ich gehe andere Seite. Ne, ich bin jetzt so zufrieden, weil noch nichts gekommen ist, halt deswegen. Ja, ich bin... bleib da. Ich kann halt mittlerweile auch einen mega guten Wave-Cree machen, weil ich halt mit meiner Q 500%igen Damage zufüge. Ah. Letzte Wave. Letzte schon? Ja, die 8er. Lul. Deswegen, wir haben die halt nur hier vorne gehalten. Mein Guardian ist gar nicht zum Einsatz gekommen. Ja, die waren halt easy down schon in der Zeit, ne? Ist der Boss bei dir? Äh... Ne, gar keiner. Oh, ist ja langweilig. Ach ne, der Boss war schon da, ne? Ja, ja, der war eben da. Stimmt. Ich bräuchte halt mal nach. Nice. Kommt her. Kommt her. Lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Geh weg. Ey, Wohli. Ja? Easy going. Easy. Aber die Map war ganz cool, finde ich. 4 sterben. Da hab ich schon wieder Time Limit nicht gepackt. Alter. Das Time Limit schaffen wir aber nie, ne? Ne. Aber so langsam sind wir doch gar nicht. Tja. Ich glaub mal mit dem Bauen, da verdatteln wir viel Zeit. 8 Minuten haben. Und die 8 Minuten 37 haben wir gebraucht. Och Mann. Och Mann. Aha. So, Level 6. Ahem. Ich bin Level 7 mittlerweile. Ja, Kisten. Ich krieg ihn jetzt mal an der Kisten, alter. Ja, ich auch. Ist doch geil. Push Trap, die will ich aber nicht upgraden. Has a big brother. Push Trap. Das ist auch so ne. Trade Bonus. 10% damage against minions. Ich kann meine Tart Trap upgraden. Okay, mit dem, mit diesem Big Brother machen die meine ganzen Fallen beim Guardian in der Nähe 10 mehr Schaden. Ich krieg nur, ich krieg nur Traps. Aber ich könnt meine Tart Trap upgraden, aber ich hab die. Ich hab nur unendlich. Was hast du? Ich hab ja nicht das Lootout. Nice. Haha. Hahahaha.